Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein kleines Product Battle für euch und zwar werden wir auf der einen Seite die teuersten Produkte, die ich habe, gegen die günstigsten Produkte, die ich habe, antreten lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Team Günstmaus eine sehr, sehr spannende Sache sein könnte. Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß daran und wir schauen mal, ob wir irgendwelche Produkte haben, die vielleicht, ja, gute Dupes sein könnten. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann bleibt einfach dran und das geht auch gleich los. Bitte lasst euch nicht verunsichern von diesem roten Streifen und diesem roten Streifen hier. Falls ihr mir bei Instagram folgt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich mir gestern ein Philips Lumia Prestige Laserhaarentfernergerät gekauft habe. Wow. Ich glaube, es war ein bisschen doll für mein Gesicht. Hier habe ich das Ganze auch gemacht. Ich habe hier schon ein bisschen Foundation drauf gemacht, dass das Ganze einfach abgecovert ist. Ihr wisst, dass ich ja so extreme Probleme mit Rasurbrand und Rasurpigelchen habe. Ich dachte mir, dass eine Laserhaarentfernung vielleicht die richtige Methode sein könnte. Ich bin gespannt. Und auf dieser Seite werden wir teuer und auf dieser Seite günstig machen. Ich hoffe, ich verwechsel das Ganze nicht. Auf der teuren Seite die Bobby Brown Vitamin Enriched Face Base. Die kennt ihr schon. Ich finde die. Ich glaube, ich bin damit sehr alleine auf der Welt. Ich finde die ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Also ich habe da keinen positiven Effekt oder so. Im Gegensatz zur Talitivary Cream. Die ist aber leer und ich kaufe sie mir nicht mehr nach, denn ich habe ja ein Dupe dazu. Darum geht es aber heute nicht um die Beauty Mates Creme. Ist genauso gut, nur wesentlich günstiger. Und die Bobby Brown Cream ist jetzt wirklich die teuerste Creme, die ich hier zu Hause noch habe. Ich mache sie selbstverständlich leer, aber ich kaufe sie mir definitiv nicht nach. Auf der günstigsten Seite die Nivea Creme. Auch die habe ich schon mal ausgetestet. Ich glaube gegen die Talitivary Cream. Die ist sehr, sehr reichhaltig und ich finde für sehr glowige Make-ups, im Winter vor allen Dingen, ist sie sehr, sehr gut. Der Effekt auf der Haut ist fast derselbe. Ich finde, hier ist es ein bisschen voller und fester und satter. Hier ist es so ein bisschen zarter, aber ihr könnt den Glow auf meiner Haut auf jeden Fall sehen. Und wir machen weiter mit Primer. Da habe ich zwei Produkte. Auf der teuren Seite einmal den Dior Primer. Den mag ich ganz gern. Das ist der Dior Backstage Face & Body Primer. Und auf der günstigen Seite den Essence Hydrating Primer. Ich finde, die machen einen ähnlichen Effekt auf der Haut. Ich habe probiert, so ein bisschen die Produkte, so ähnlich es geht, rauszusuchen. Damit man auch wirklich ein Ergebnis sieht. Manche sind nicht unbedingt die günstigsten Produkte, die ich habe. Ich habe aber mein Bestes gegeben, dass ich eine gute Mischung... Oh, es war viel zu viel Maximum. Wow. Eine gute Mischung zwischen es ist günstig, beziehungsweise das günstigste Produkt und es ist das ähnlichste Produkt. Also manchmal ist ein Produkt vielleicht 50 Cent günstiger, 50 Cent teurer als das andere, was ich vielleicht noch gehabt hätte. Dafür ist es aber farblich und vom Finish her ähnlicher. Damit wir wirklich das teuerste Battle wirklich haben. Ich rechne das Ganze auch gleich am Anschluss einmal aus und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, damit ihr dann auch das endgültige preisliche Ergebnis in meinem Gesicht sehen könnt. Auf der anderen Seite den Dior Primer. Den mag ich gerne. Der ist so ein bisschen mehr silikonig. Der Essence Primer hingegen hat Lichtschutzfaktor drin. Ich colorcorrecte nochmal ganz kurz so ein bisschen nach. Ja. Also bis jetzt sehe ich noch gar keinen Unterschied. Es ist sehr, sehr warm, Freunde. Warum habe ich auch eine dicke, fette Jeansjacke hier angezogen vor den ganzen tausend Lichtern? Wir haben 30 Grad um 8 Uhr gefühlt. Okay, weiter geht es mit der Foundation. Die teuerste Foundation, die ich habe, ist, soweit ich weiß, die Airbrush Flawless Foundation von Charlotte Tilbury. Mag ich auch sehr gerne farblich. Ist sie im Moment so ein bisschen nicht so ganz dergare. Aber das Finish ist fantastisch. Ich gebe mir die hier einfach mal rauf. Sie ist sehr, sehr gelb. Und ich benutze die Foundation sehr, sehr gerne, um mir andere Foundations damit so ein bisschen reinzumischen. Weil sie ist extrem langlebig, die Foundation. Die Deckkraft dieser Foundation ist unglaublich. Sie ist farblich jetzt etwas gelb im Vergleich zu meiner Haut sonst. Sie ist aber auch extrem gerötet. Ich probiere gerade viele verschiedene neue Skincare-Produkte bzw. Techniken aus. Und, wow, funktioniert scheinbar nicht. Auf der anderen Seite haben wir von Essence die Stay All Day Foundation. Die mag ich tatsächlich wirklich gerne. Die ist ein bisschen dunkel, passt jetzt aber farblich wahrscheinlich besser als die andere Foundation. Sie oxidiert ein kleines Stück. Also ich weiß, dass viele von euch sich die auch nachgekauft haben. Und bei manchen oxidiert sie, bei manchen oxidiert sie nicht. Bei mir oxidiert sie auch. Und dann ist sie auch fast zu dunkel. Aber wenn ich die jetzt nachkaufen würde, würde ich sie mir auch in einer Farbe heller kaufen. Weil die doch schon sehr orange-lich nachoxidiert. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher herangesungen, damit ihr einfach schon mal so ein bisschen das Ergebnis auf meiner Haut sehen könnt. Hier haben wir einmal die günstige Seite. Und hier haben wir einmal die teure Seite. Ich finde, hier ist die Textur meiner Haut noch so ein bisschen hervorgehoben. Wohingegen hier das Ganze etwas gleichmäßiger aussieht. Ist jetzt aber nichts, wo ich sage, das ist ein Unterschied von 200 Euro bis jetzt wahrscheinlich wert. Als Concealer habe ich auf der günstigen Seite von Rival de Loup den Natural Touch Concealer. Den habe ich euch neulich auch schon gezeigt. Den mag ich wirklich, wirklich gerne. Der ist super günstig. Ich liebe den Geruch. Der riecht so ganz leicht nach Honig. Die Deckkraft ist angenehm. Nicht zu doll. Ich baue ihn aber sehr stark auf. Ihr wisst es ja. Und ich lasse den auch definitiv ein bisschen antrocknen, damit die Deckkraft einfach ein bisschen höher geht. Auf der anderen Seite von Dior den Forever Skin Corrector. Der kostet 25 Euro ungefähr und der ist wie so eine Mousse. Das ist ganz spannend zu beschreiben. Also der ist sehr cremig. Die Deckkraft ist auch recht hoch, finde ich, für so ein Dior-Produkt. Ich finde, Dior ist immer so sehr natural, sehr glowy, sehr artistisch. Die Deckkraft hier ist aber einfach wirklich immens. Ich finde, der creased nur so ein bisschen. Ihr könnt mir gerne jetzt einmal in die Kommentare schreiben, welcher euer teuerstes und euer günstigstes Produkt ist. Egal aus welcher Kategorie. Ihr könnt auch gerne alle Kategorien einmal reinschreiben. Aber ich würde mich für das gerne mal interessieren. Was ist euer günstigstes oder euer teuerstes Produkt? Natürlich, ein Augenbrauenstift kostet 1,29 Euro. Aber ich glaube, so ihr wisst, was ich meine. Vielleicht bei Lidschattenpaletten oder so. Ich nehme jetzt hier die eine Seite von dem Schwamm und blende den Dior Concealer aus, dass ich das auch nicht so vermische. Und auf der anderen Seite nehme ich hier noch eine freie Ecke und blende den Natural Touch Concealer von Revale Loop aus. Also ich glaube, Deckkraft mäßig seht ihr definitiv einen Unterschied, oder? Das ist schon immens. Der Dior Concealer ist sehr luminös. Er ist sehr glowy. Das hier ist ehrlich gesagt so ein bisschen matter. Mir gefällt vom Finish her die Seite jetzt besser, weil sie eher glowy ist. Aber nur deswegen. Es liegt natürlich dann auch so ein bisschen an der Formulierung. Die Seite ist aber sehr natürlich und sehr casual. Ich baue hier auch nochmal ein bisschen Concealer auf, dass wir einfach so ein ebeneres Ergebnis am Ende haben. Ja, also wie gesagt, die Deckkraft hier ist natürlich etwas leichter als hier. Wir setten das Ganze aber mal. Ich muss hier nur den Dior Concealer nochmal so ein bisschen verblenden, denn der Crease finde ich bei mir ganz schön. Auf der teuren Seite nehmen wir das Chanel Puder. Das ist das Pudre Universelle in der Farbe Vente Claire, 20 Claire. Finde ich ganz furchtbar, das Puder. Uhuhu, da kam sehr viel raus. Dann nehme ich einfach die Seite hier. Ich finde, man kann damit nicht baken, sondern eher nur so leicht setten. Vielleicht hat sich aber meine Haut mittlerweile so ein bisschen verändert. Zum Setten ist es okay, zum Baken finde ich nicht, weil ich finde, es nimmt nicht genug Feuchtigkeit raus und das im Gesicht creased alles. Und ich finde, also je nachdem, damals als ich ihn regelmäßig noch benutzt habe, das Puder, hat das so ein bisschen die Farbe meiner Foundation verändert im Alltag. Das war ganz komisch, weil wenn ich es nicht gleichmäßig aufgeteilt habe, dann hatte ich so rosane Flecken im Gesicht. Also ich habe schon viel Geld in meinem Leben ausgegeben für Sachen, die furchtbar sind. Dieses Puder ist eins davon. Auf der anderen Seite habe ich hier von Revolution das Coconut Puder. Das ist mit auch das günstigste, was an losen Pudern ist, was ich noch habe. Ich habe neulich rigoros aussortiert, weil manche Sachen einfach wirklich, die waren nicht mehr gut. Ich nehme die Seite hier und sette das. Was mich bei dem Puder von Revolution so ein bisschen stört, ist, dass es ein Whitecast hinterlässt. Also das Gesicht ist danach recht weiß. Ist ein tolles Puder, wenn man hell ist. Für mich ist das aber definitiv zu hell. Und ich gehe da einfach nochmal mit so einem Pinsel hier rein und setze das restliche Gesicht und nehme dann auch gleich das Puder weg. Und ihr seht schon, das ist sehr, sehr ungleichmäßig hier. Schreibt mir doch jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied seht und welche Seite euch besser gefällt. Wenn ihr daran denkt, wie teuer die Unterschiede sind. Also hier habe ich ja schon fast gefühlt 500 Euro im Gesicht. Hier vielleicht 50 maximal. Die teuersten Bronzer, da musste ich eben nochmal googeln. Ich dachte, das ist der Charlie Tilbury Airbrush Bronzer. Aber denkste Puppe, der teuerste Bronzer, den ich habe, ist gar kein Bronzer, sondern ein Puder von Gucci. Das ist dieses Puder hier. Ich mag ja das Gesichtspuder von Gucci sehr, sehr gerne. Ich liebe den Geruch. Ich mag das. Und ich habe mir das nochmal in dunkler geholt. Weil ich dachte, durch diesen feinen Glow, der da drin ist, sieht das vielleicht ganz schön als Bronzer aus. Deswegen einmal hier rauf. Er hat so einen schön schimmernden Effekt. So einen ganz subtilen. Ich liebe dieses Puder als Bronzer. Es hat für mich die perfekte Farbe. Ich habe das in der Farbe 11 gekauft. Also es ist eigentlich ein Puder für dunklere heute. Mittlerweile hat Gucci auch Bronzer rausgebracht. Habe ich aber nicht gekauft, weil ich hatte mir das schon bestellt. Und das ist wirklich bombastisch. Ich wechsle den Pinsel und nehme auf der günstigen Seite von Catrice den Sunglow Bronzer. Mag ich auch total gerne. Ich weiß nicht, ob es den noch so gibt. Aber stellvertretend für alle günstigen Bronzer, die ich habe. Ich wollte jetzt auch nicht natürlich ein Fullface Rivalde Loop versus ein Fullface. Ich nehme die teuersten Produkte aus verschiedenen Kategorien. Ich glaube, ihr habt dafür Verständnis, wenn ich das so ein bisschen abgewangelt habe. Aber es ist natürlich immer noch weltenpreislich. Ich bin ehrlich mit euch. Gerade gefällt mir diese Seite hier besser. Liegt aber, glaube ich, am Concealer im Vergleich. Und so ein bisschen an der Deckkraft. Also man sieht schon Unterschiede. Und das ist, glaube ich, das erste Mal in einem dieser Videos, wo man wirklich auch einen Unterschied sieht. Normalerweise mache ich das Ganze ja eher mit wirklich Dupes. Und bei Dupes habe ich das Gefühl, da sieht man wirklich kaum einen Unterschied. Wenn ich jetzt aber einfach nur so ein bisschen nach Preisen gegangen bin. Finde ich, sieht man da doch schon einen kleinen Unterschied. Weiter geht es mit Blush. Und da habe ich hier einmal von It Cosmetics den Bye Bye Pores Blush. Auch ein wunderschönes Produkt. Auf der anderen Seite von Rivalde Loop den Rouge Powder. Das Rouge Powder in der Farbe Hibiskus mag ich auch wirklich sehr gerne. Ich nehme auf der Günstige... Also der Staub wirklich ganz schön. Aber er hat eine wirklich schöne Farbe. Und ich finde bei Blushes ist es so, da kann man auch mal einen günstigen kaufen. Weil der Effekt ist ähnlich. Das Schöne ist, der hier von Rivalde Loop, der hat kein... Der ist nicht so pudrig auf der Haut. Auf der anderen Seite den von It Cosmetics. Der hat auch Schimmer drin. Farblich ist er auch ähnlich. Der ist aber etwas pigmentierter. Und auch sehr, sehr schön. Also der ist so... Den würde ich ertragen, wenn ich keine Foundation drauf habe. Vielleicht nur so ein bisschen Concealer. Dann ist der sehr, sehr weich durch diese Schimmerpartikel. Die sind etwas feiner als dieser Blush hier, der wirklich doch schon sehr, sehr schimmernd ist. Weswegen ich auch keinen Highlighter benutze heute. Für die Augen habe ich zwei Paletten. Die eine könnt ihr euch denken. Das ist die Natasha Denona Palette. Gegen die Wet n' Wild Palette. Die farblich... So, seht ihr nicht. Das ist schon... Ne? Ist schon... Kann man schon so ein bisschen vergleichen. Ich gehe als erstes in die Farbe Beach. Ich liebe diese Palette. Also, wenn ihr mich fragen würdet, Maxim, ich habe bald Geburtstag. Ich wünsche mir eine Lidschattenpalette, die ich mir sonst selber nicht kaufen würde, weil sie mir zu teuer ist. Go. Ich dunkel das Ganze ab mit der Farbe Magma. Hier außen. Und gebe mir auf mein bewegliches Lid die Farbe. Jetzt muss ich gucken, dass wir ähnlich sind. Hier ist Gold drin. Dann gehe ich hier in die Farbe True Bronze und gebe mir das hier auf mein Lid. Also, ich habe noch keinen Schimmer gefunden, der an Natasha Denona rankommt, weil das ist einfach wie flüssiges Metall auf dem Auge. Sehr, sehr schön. Fantastisch. Auf der günstigen Seite die Wet n' Wild Palette im Style My Glamour Squad. Auch eine sehr gute Palette. Ich gehe hier in die Transition Shade rein. Auch sehr pigmentiert für wirklich den Preis. Ihr findet Wet n' Wild übrigens teilweise in manchen Supermärkten sogar. Aber sie ist auch schon schön pigmentiert. Dann dunkel ich das Ganze mit der Farbe hier und hier ab. Die haben keine Namen. Ich mische das so ein bisschen, dass es ähnlich aussieht. Und gebe mir dann das Gold hier auf mein bewegliches Lid. Das ist ein etwas anderes Gold, aber nicht so grob foliert wie die Natasha Denona Seite. Ich bin aber gerade ehrlich mit euch. Im Vergleich dazu gefällt mir die Seite fast besser. Ich dunkel das auf der Seite noch ein bisschen ab mit der dunklen Farbe hier. Falscher Pinsel. Mit dieser Farbe hier. Und dann nehme ich einfach nochmal ein bisschen Puder und schneide mir hier so eine Ecke hin. Ich lasse das Ganze einmal so kurz drauf, dass das ein bisschen begradigt wird alles. Und benutze Mascara. Auf der teuren Seite die Gucci Mascara. Die ist wirklich, wirklich gut. Und so teuer war die jetzt glaube ich auch nicht. Also es gibt schon Mascaren im High-End-Bereich. Die sind halt wirklich teuer. Die ist aber schön. Und das Packaging ist halt fantastisch. Die ist so unnormal schwer. Das ist unglaublich. Die macht wirklich unnormal schwarze Wimpern. Und auch so ein bisschen wispy. Also so sehr definiert, sehr lang. Und wirklich tiefschwarz. Und sie schmiert nicht. Sie ist nicht bröckelig oder so. Also falls ihr eine gute Mascara aus dem High-End-Bereich sucht, kann ich euch die auch wirklich mit wärmsten Gefühlen empfehlen. Und auf der günstigen Seite, keine Überraschung, Rival Lube Young bzw. Rival Loves Me. Die Never Seen Before Mascara. Das ist meine liebste Mascara aus der Drogerie. Kostet 2 Euro. Und hat auch wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und ich lasse den unteren Wimpernkranz heute mal aussehen. Ich habe ein paar Kommentare bekommen. Und da mein Video zu den Lashes von Ellie, dass euch das ganz gut gefallen hat, wenn ich wirklich nur oben was mache. Ich mag das persönlich auch lieber. Ich dachte nur immer, es sieht immer so ein bisschen unfertig aus. Schreibt mir dazu gerne mal kollektiv eine Meinung in die Kommentare. Bei Lippen ist es ein bisschen schwierig, etwas zu teilen mit denselben Farben. Deswegen trage ich jetzt ein Produkt auf und das ist der teuerste Lippenstift der ganzen Welt. Das sind die Hermes Lippenstifte. Und ich habe den hier in der Farbe Beige Kalahari. Wunder, wunderschöner Lippenstift. Schöne Farbe. Ist natürlich ein Lippenstift, hält dementsprechend nicht ganz so lange, aber fantastisch. Und das, Freunde, sind einmal beide Seiten im Vergleich. Könnt ihr einen Unterschied sehen. Jetzt auf die Entfernung glaube ich auch nicht mehr. Ich glaube mit dem Close-Up habt ihr aber so einen leichten Unterschied gesehen. Natürlich die Textur der Lidschatten kann man nicht ganz miteinander vergleichen. Ich finde, man sieht aber einen Unterschied vor allen Dingen bei dem Blush vom Effekt her. Und beim Concealer liegt jetzt aber auch, und das weiß ich, natürlich auch an der Auswahl an Produkten. Also wir haben ja jetzt keine richtigen Dupes gesucht. Manche haben wir vielleicht so ein bisschen gefunden. Vielleicht die Lidschattenpaletten. Aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied erkennbar. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welche Seite würdest du mir empfehlen? Optisch jetzt gerade die High-End-Seite. Wenn ich aber in meinem Portemonnaie gucke, definitiv die günstige Seite. Denn, nochmal, gute Produkte. Manchmal gibt es immer nur einen Unterschied in der Applikation. Manche funktionieren besser mit anderen Produkten. Und natürlich gibt es da auch Hits und Misses. Der Concealer ist toll, aber ich trage ihn lieber ohne Foundation. In Kombination mit Foundation reicht mir die Deckkraft dann nicht, weil dann ist es so Möchtegern-Full-Coverage, was wir ja hier wirklich erreicht haben. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video-Format sagt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr hier wieder mit dabei gewesen seid. Und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video wieder hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!